Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute heißt es wieder die Zerstörung der westlichen Zivilisation. Dass die Menschen friedvoll und produktiv miteinander zusammenleben, ist möglich. Doch die Politik beschädigt ja zerstört die dafür erforderlichen Grundlagen. Mittlerweile sind die Schäden so groß geworden, dass sogar der Fortbestand der westlichen Zivilisation auf dem Spiel steht. Die freie Marktwirtschaft ermöglicht und befördert ein friedvolles und produktives Zusammenleben der Menschen. Sie bietet dir und mir, uns allen, die wir zuweilen höchst unterschiedliche Ziele, Talente und Neigungen haben, die Möglichkeit, uns zum allseitigen Vorteil durch Arbeitsteilung miteinander zu verbinden, national wie auch international. Menschen, die sich arbeitsteilig organisieren, erhöhen nicht nur ihren materiellen Wohlstand, sie erkennen sich auch quasi automatisch, gegenseitig als nützlich in der Bewältigung ihrer Lebensherausforderungen. Die freie Marktwirtschaft verbindet daher die Menschen friedvoll miteinander, nicht nur vorübergehend, sondern mit dauerhafter Perspektive. Die freie Marktwirtschaft fußt auf Freiwilligkeit. Jeder ist frei, seinen Mitmenschen ein Angebot zu machen, das diese entweder freiwillig annehmen oder ablehnen können. Und jeder ist frei, diejenigen Güter, die man gern zu kaufen wünscht, auch nachzufragen. Zwang und Gewalt und Krieg sind der freien Marktwirtschaft wesensfremd. In einer freien Marktwirtschaft gilt der unbedingte Respekt vor dem Eigentum. Jeder ist der Eigentümer seiner selbst, hat Selbsteigentum an seinem Körper und der externen Güter, die er sich auf nicht-aggressiven Wege beschafft hat, durch Erstinbesitznahme, Produktion und oder Handel einschließlich Schenkungen. Wenn sich die Güter im Privateigentum befinden und sich ihre Preisbildung frei im Markt vollzieht, dann ist sichergestellt, dass die dringendsten Bedürfnisse mit den knappen Mitteln bestmöglich befriedigt werden. Der freie Markt löst bzw. entschärft das Knappheitsproblem, das sich dem handelnden Menschen auf dieser Welt unweigerlich stellt, in optimaler Weise. Der Aufbau des materiellen Wohlstandes der Menschen in den letzten etwa 200 Jahren ist daher auch nicht zufällig, sondern er ist vielmehr das Ergebnis eines mehr oder weniger relativ freien Marktsystems mit all seinen prägenden Eigenschaften gewesen. Individuelle Freiheit, Eigentum, Gleichheit vor dem Gesetz, Frieden etc. All diese zivilisatorischen Errungenschaften sind nicht vom Himmel gefallen, sondern sind das Ergebnis des Systems der freien Märkte. Und in dem Maße, in dem die freien Märkte zurückgedrängt, eingeschränkt oder gar abgeschafft werden, wird sich auch die westliche Zivilisation nach und nach sprichwörtlich in Luft auflösen, unweigerlich verloren gehen. Dass vielerorts nicht mehr Friede und Einkommensmehrung, sondern vielmehr immer größere Krisen, Konflikte und Wohlstandsverluste an der Tagesordnung sind, liegt daran, dass die Kräfte, die das System der freien Märkte bzw. das wenige, was heute davon noch übrig ist, zerstören wollen, mittlerweile so erschreckend stark geworden sind. Kollektivistisch-sozialistisch-kommunistische Ideen haben die Oberhand im Denken und auch Handeln vieler Menschen gewonnen. Häufig sind die Menschen sich darüber gar nicht im Klaren. Das ist nicht allzu verwunderlich. Schließlich geben sich die kollektivistisch-sozialistisch-kommunistischen Ideen heutzutage gar nicht mehr als solche zu erkennen. Sie kommen mit neuen Namensschildern daher. Bezeichnen sich jüngst zum Beispiel als Klimapolitik, Antivirus-Politik, Lockdown-Politik, grüne Politik, als große Transformation, als neue Weltordnung und als Great Reset. Hinter all diesen Wortschöpfungen verbirgt sich eine düstere Idee. Die Menschen sollen ihr Leben nicht mehr in einem System der freien Märkte organisieren dürfen. Die Geschicke der Menschen seien vielmehr von zentraler Stelle, einer technokratischen Elite, einem Weltrat, einer Weltregierung zu steuern und zu lenken. Denn nur so seien die Probleme der Menschheit auf diesem Globus wie Finanz- und Wirtschaftskrisen, Ressourcenknappheit, Terrorismus, Seuchen, Klimawandel etc. in den Griff zu bekommen. Den Staaten, wie wir sie heute kennen, soll noch mehr, soll unbeschränkte Macht zugeschanzt werden. Auf Kosten der Freiheiten von Bürgern und Unternehmern. Die Staaten bzw. diejenigen Sonderinteressengruppen, die ihn für ihre Zwecke einspannen, steigen dann unweigerlich entsprechend zur kaum mehr kontrollierbaren Herrscherkaste auf. Die Staaten dringen immer stärker und unerbittlicher in alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche vor. Erziehung wie Kindergarten, Schule, Universität, Gesundheit, Altersvorsorge, Transport, Geld und Kredit, Recht und Sicherheit, Umwelt. Sie bestimmen über kurz oder lang, wer was wann und unter welchen Bedingungen produzieren darf und wer wann wie viel konsumieren darf. Beispielsweise ist die grüne Politik ein zentraler Bestandteil des Great Reset. Sie zielt ab auf eine überalte, staatlich erzwungene und prohibitiv teure Abkehr von fossilen Brennstoffen, in deren Folgen die Lebenseinkommen vieler Menschen auf dem Planeten drastisch herabgesetzt werden, die Millionen, wenn nicht gar Milliarden von Menschen in Verarmung und Hungertod schickt. Eine große Hürde, die es für die Befürworter der großen Transformation des Great Reset zu überwinden gilt, ist die Nation, der Nationalstaat. Denn Menschen, die sich einer Nationalität verbunden fühlen, werden nur in sehr engen Grenzen bereit sein, noch zentralisierter als dies national schon der Fall ist, von einer supranationalen Ebene aus regiert zu werden. Die Befürworter des Great Reset setzen daher auch auf die Auflösung des Nationalstaates, zumindest aber auf seine Dehomogenisierung, vor allem durch politisch induzierte Masseneinwanderung. Dadurch wird für viele Menschen vermutlich nicht so ohne weiteres erkennbar, die Demokratie, ob nun verstanden als Selbstbestimmung oder als Mehrheitsdiktat, verunmöglicht. Damit eine Demokratie überhaupt funktioniert, muss nämlich ein Mindestmaß an Harmonie und Konsens zwischen den an ihr teilnehmenden Menschen vorherrschen. Das stellt sicher, dass die Mehrheit die Wünsche der Minderheit nicht ganz aus den Augen verliert, die Mehrheit nicht zur unerträglichen Unterdrückungsherrschaft über die Minderheit aufsteigt. In dehomogenisierten Gemeinschaften, in denen die Werte, Traditionen und Religionen der Menschen sehr stark voneinander abweichen, wird die Demokratie daher auch absehbar zum explosiven Konfliktherd. Sie wird die Menschen nicht zusammenbringen, sondern entzweien. Der Kampf um die Mehrheit entbrennt hier unerbittlich und wehe denen, die in die Minderheitenposition gelangen. Wenn sich die Dehomogenisierung der Nationalstaaten durch politisch induzierte Masseneinwanderung Bahn bricht, dann schwindet auch die Bindungswirkung, die die nationale Zugehörigkeit hat. Desorientierung greift um sich, wachsende interne Konflikte machen die Menschen empfänglich für autoritäre, umstürzlerische Heilsversprechen und wahnwitzige Gesellschaftsexperimente. Die politisch induzierte Masseneinwanderung in den Vereinigten Staaten von Amerika und nach Europa ist so gesehen kein Zufall, kein Unfall. Sie ist vielmehr eine Folge der Ideen, die im Zuge des Great Reset Verbreitung finden und die mittlerweile auch auf zusehends fruchtbaren Boden fallen und die auch die Demokratie aus Sicht einer wachsenden Zahl von Menschen diskreditieren. In ganz ähnlicher Weise wirkt übrigens auch das Vogue-Sein. Es zielt darauf ab, Konflikte zwischen den Menschen zu schüren, herbeizufantasieren, anzuheizen, sie dadurch gegeneinander aufzubringen, ihr friedvolles Miteinander zu verunmöglichen. Feindseligkeit, Zorn und letztlich Gewalt ersetzen Eintracht, Nächstenliebe und Frieden. Hinzu kommt, dass das staatliche Fiat-Geldsystem das Leben auf Pump systematisch befördert, vor allem die Verschuldung der Staaten in immer größere Höhen treibt. Es sorgt vor allem auch für chronische Inflation und wiederkehrende, immer schlimmer werdende Finanz- und Wirtschaftskrisen, durch die die breite Bevölkerung systematisch verarmt und in Angst und Schrecken versetzt wird. Eine unheilvolle Spirale kommt so in Gang. Die von den Staaten verursachten Krisen werden von Experten wie etwa von Politik- und Wirtschaftswissenschaftlern fälschlicherweise den freien Märkten angelastet. Und als Rettung aus der Not werden noch weiter reichende Staatseingriffe propagiert, die das wenige, was vom freien Marktsystem noch übrig ist, auch noch zerstören. Und damit wird natürlich unweigerlich auch die westliche Zivilisation zerstört. Und wenn die Menschen das verhindern wollen, dann ist ganz klar, was zu tun ist. Der Staat, wie wir ihn heute kennen, muss auf das Stärkste zurückgedrängt werden. Die Menschen müssen wieder selbstbestimmt und eigenverantwortlich ihr Leben in freien Märkten führen. Dazu ist eine Renaissance der Aufklärung notwendig. Im Sinne der Aufklärung, die der Königsberger Philosoph Immanuel Kant bereits gefordert hat. Die Menschen müssen ihre Vernunft einsetzen, müssen den Mut aufbringen und die Feigheit überwinden, wieder selbst zu denken, sich aus ihrem geistigen Gängelwagen befreien. Glücklicherweise kann mit menschlicher Vernunft begriffen werden, dass nur das freie Marktsystem den Weg aus der Misere weisen, den Zusammenbruch der Zivilisation im Westen abwenden und der Menschheit Frieden und Wohlstand bringen kann. Der herausragende Ökonom und Sozialphilosoph Ludwig von Mises hat den Beweis hierfür bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts geführt. Die westliche Zivilisation wird nur überleben, wenn das System der freien Märkte überlebt. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Durchhaltevermögen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann bitte liken und teilen Sie es. Läuten Sie die Glocke und bitte folgen Sie meinem Kanal.